Mein Name ist Johannes, ich bin von Digital Social Summit und begrüße euch hiermit in der vierten Session-Runde zu der Session Gute Digitalisierungsberatung für Non-Profits im Track Organisationskultur. Und ich freue mich heute auf einen Puls-Vortrag und freue mich sehr, dass hier heute dabei ist Ulrike Petzold vom Dachverband für Kulturfördervereine von DAKU, Susanne Saaliger von der Akademie für Ehrenamtlichkeit, Friederike Petersen von der Stiftung Bürgermut, kurz Luftwunsch in Deutschland haben wir auch noch Dr. Thomas Lepper vom Heldenrad mit dabei und Henning Baden von der Deutschen Stiftung für Ehrenamt. Ich freue mich sehr, dass ihr alle zahlreich dabei seid und ich gebe an dieser Stelle an dich weiter. Vielen herzlichen Dank, lieber Johannes. Ich darf auch alle herzlich begrüßen. Schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt und euch für den Code interessiert. Wir, also alle, die der Johannes gerade vorgestellt hat, wollen ein bisschen über diesen Code plaudern, vor allen Dingen mit euch darüber plaudern. Wir wollen hier also nicht jetzt nur stundenlang Impuls geben, sondern vor allen Dingen natürlich eure Gedanken dazu mitnehmen, eure Fragen dazu beantworten. Zum Kreis der Initiatorinnen dieses Code of Good Practice, wie wir das genannt haben, gehören natürlich eine ganze Reihe anderer Organisationen auch, unter anderem auch das Haus des Stiftens mit Clemens Frede, der auch angekündigt war, sich aber entschuldigen lassen muss. Im Geist ist er aber trotzdem dabei und freut sich natürlich genauso darüber, dass ihr dabei seid und euch interessiert, wie wir anderen auch. Ja, es ist mittlerweile, ich habe nochmal nachgeschaut, schon fast ein bisschen näher. Am 27. Juni 2020. Spätabends hat ein gewisser Jan Holze, der Deutschen Engagementstiftung, also seines Zeichens Vorstand, die Frage auf Twitter formuliert und ich zeige das mal kurz. Follower Power, wo sind für euch Lücken oder Bedarfe in der Förderung von Ehrenamt und Engagement? Ihr seht es hier oben, ja, teilt uns eure Erfahrungen mit. Und ein gewisser Thomas Leppert hat sich dann abends hingesetzt und ein paar Sachen dazu aufgeschrieben. Und eine gewisse Ulrike Petzold, die wir hier auch sehen, hat dann geschrieben, Mensch, Coaches, die in Vereine gehen und bei der Digitalisierung helfen, das brauchen wir. Und ich habe dann gefragt, Mensch, sag mal, ich schneide mir ja vielleicht als Berater für sowas ins eigene Fleisch, aber bewirken wir überhaupt etwas? Das war die Ausgangsfrage. Was bringt eigentlich mehr, Coaches bezahlen oder den Organisationen das Geld selbst in die Hand zu geben? Und daran hat sich eine kleine Diskussion entsponnen, bis zum Beispiel die Ulrike gesagt hat, das würde ich doch eigentlich gerne mal diskutieren mit mehreren betreffenden Playern. Und der Jan Holze hat auch schon gleich, wie es so seiner Art ist, damals in die Diskussion eingegriffen und gesagt, Mensch, super, machen wir. Ulrike, kannst du vielleicht einen Termin koordinieren? Und das führte dazu, dass sich ein paar Leute getroffen haben. Zum Beispiel die Engagementstiftung und die Ulrike von DAKU und der Tom vom Heldenrat und die Friederike von Stiftung Bürgermut und die Susanne von Akademie für Ehrenamtlichkeit. Alles Organisationen, ich stoppe das hier mal wieder, alles Organisationen, die etwas zu tun haben mit der Förderung von Beratungen von gemeinnützigen Organisationen, wenn sie sich digitalisieren wollen. Es waren bewusst keine, erst mal keine Coaches selbst, sondern vor allen Dingen so mittler Organisationen. Und wir haben angefangen zu diskutieren. Ulrike, was war für dich damals der Punkt, dass du gesagt hast, es braucht diese Coaches und vor allen Dingen, ich würde das gerne mal diskutieren. Kannst du dich noch erinnern, was da am 28. Juni oder es war vielleicht der 27. 2020 dir durch den Kopf ging, als du das geschrieben hast? Ja, das war eigentlich ganz profan. Also wir haben selbst ein Projekt, das nennt sich Digitaler Werkzeugkasten für Kulturfördervereine. Und da, den haben wir ins Leben gerufen, weil wir gesagt haben, es wäre, also für uns ist wichtig, dass man direkt sozusagen am offenen Patienten miteinander arbeitet und schaut, wie man gemeinsam digitale Werkzeuge erarbeitet und das möglichst eben durch einen Coach oder jemanden, der wirklich auch offen ist für den Sozialraum drumherum, der auch guckt, wie man Partner einbezieht, wie man von vornherein das so setzt. Das haben wir auch versucht, dass es nachhaltig ist, spricht auch mit Ministerien zusammenarbeitet, die man in den Prozess mit einbezieht und, und, und. Und darüber einfach nachzudenken, wie diese Mechanismen funktionieren können, dass man, klar, es gibt einerseits die Möglichkeit, dass man ganz klar Weiterbildungsworkshops, Seminare oder jetzt eben zunehmend auch digitale Weiterbildung macht. Aber für uns ist es einfach spannend zu schauen, wie man eher so Coaching-Prozesse am offenen Patienten, wie ich schon sagte, anstößt. Und da mal zu überlegen, ob nun Coaching oder Beratung, was da so die Schlüsselqualifikationen sein müssten eigentlich von so einem Coach oder Berater. Und dass wir alle als Organisation mal überlegen, was brauchen wir eigentlich dafür ganz konkret. Das war so ein bisschen meine Intention. Und ich bin da auch froh, dass wir uns da bei dem ersten Treffen, das dann ja dann gleich im August stattfand, nach der Sommerpause. Also gemerkt haben, wir sind da doch alle irgendwie, alle Organisationen, die da auch mit Coaches oder Beratern zusammenarbeiten. Wir haben da ähnliche Erfahrungen. Danke, Ulrike. Ich frage mal Susanne von der Akademie für Ehrenamtlichkeit. Ihr wart ja auch von Anfang an dabei. Was war euer Antrieb, warum ihr gesagt habt, das finden wir interessant, wenn ihr über die Notwendigkeit und die Wirkung von Coaching, Beratung in der Digitalisierung von Non-Profits redet? Warum wolltet ihr dabei sein? Also es waren mehrere Punkte, warum uns dieses Thema auch sehr getrieben hat. Einerseits ein bisschen, was eure Ulrike beschrieben hat, die Situation von Organisationen im Gemeinwohlbereich, wo die Mehrheit nicht ganz so viel Erfahrung in der Zusammenarbeit mit externen Beraterinnen und Beratern hat. Und da eine Orientierung so ein bisschen zu geben. Worauf kann ich denn achten, wenn ich jemanden dazu hole? Versteht der mich oder dienen mich denn gut? Wissen die, worum es hier gerade geht? Wir ticken einfach anders als in der Wirtschaft beispielsweise. Und die andere Seite war auch ein bisschen, dass wir in unserem Projekt die Verantwortlichen, Hashtag Digital, ja viel mit Beraterinnen und Beratern zusammenarbeiten, die auch aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen und eben nicht nur aus dem Non-Profit-Sektor oder den kennen. Und die wir halt auch so ein bisschen darauf vorbereiten wollten, auf die Organisation, auf die Bedürfnisse einzugehen, auf die besondere Situation mit Ehrenamtlichen, mit Engagierten auch zu arbeiten. Und so ein bisschen auf einer Metaebene schwang auch so eine Art Qualitätssicherung mit. Ihr habt ja eine große Expertise auch in der Zertifizierung von Freiwilligenmanagement von solchen Prozessen im Ehrenamt. Insofern ist es ja nicht ganz verwunderlich, dass ihr auch natürlich mit dem Qualitätsauge auf diese Fragen geschaut habt. Henning von der Engagementstiftung, wenn ich sie mal abkürzen darf. Ihr habt bekanntermaßen Digitalisierung mit als Fokusthema in eurer Arbeit mit drin. Warum war das für euch interessant? Warum habt ihr von Anfang an gesagt, wir müssen darüber reden, mit welchen Spielregeln wir eigentlich dieses Digitalisierungsthema, zumindest wenn externe Beraterinnen und Coaches dazukommen, gestalten wollen? Die Frage ist heute fast noch interessanter als zu dem Zeitpunkt, als wir mit der Diskussion begonnen haben. Ich muss überlegen, du hast jetzt gesagt, Juli 20, da war die Stiftung ein Monat alt. Und wir haben tatsächlich einfach auch eine Qualität von Jan Holzer, einfach in den Raum mal reinzurufen und zu sagen, Leute, lasst uns die Stiftung gemeinsam mitgestalten. Und mir hat das viel Spaß gemacht, von Anfang an dort mitzudenken, weil es wirklich nochmal eine inhaltliche Arbeit war, zu sagen, wo kann das hier hingehen, was wir miteinander aufbauen? Und wenn ich mir jetzt anschaue, da waren ja die ganzen Programme, die wir heute reingeben, die Förderprogramme, vor allen Dingen das Programm 100 Mal Digital, wo wir ja auch ganz stark auf Digitalisierungscoaching und Begleitung der Organisation setzen. Das ist ja gar nicht in allen Förderprogrammen so stark möglich, dass du die Leute, die ihre tollen Ideen hier reinbringen, auch wirklich begleiten kannst, dass du ein Community-Building betreibst. Diese Fragen sind da so wichtig. Wie können wir gewährleisten, dass wirklich eine Beratung auf Augenhöhe stattfindet? Das war uns von Anfang an ganz wichtig, weil wir schon durch das erste Förderprogramm festgestellt haben, wir erreichen ganz viele Organisationen, die sind keine Profis in Förderanträgen. Das sind kleinere Organisationen, die wollen, die sehen es als eine Chance, sich jetzt wirklich mit ihrer digitalen Herausforderung auseinanderzusetzen und benötigen dabei wirklich etwas, was nicht von oben herab stattfindet, sondern was sich wirklich in die Organisation hereingebt, auch bei der Antragstellung ein Stück weit unterstützt und diese ganzen verschiedenen Dimensionen von Digitalisierung erstmal auch aufmacht und beschreibt. Weil häufig ist ja dieses Förderprogramm 100 Mal digital, wo es um eine Lösung einer digitalen Herausforderung geht oder um ein Bearbeiten einer digitalen Herausforderung. Das geht ja häufig so viel tiefer. Das ist ja häufig ein Ausdruck davon zu denken, es hat jetzt erst mal nur was in Anführungszeichen mit Digitalisierung zu tun, sondern geht ganz tief in den Organisationsentwicklungsprozess rein. Und deshalb war es für uns hier ganz, ganz spannend, von Anfang an mit euch gemeinsam an Qualitätsmaßstäben zu arbeiten. Dankeschön, Henning. Ich darf übrigens verraten, diese Ursprungsfrage, die ich da nachts mal in diesem Tweet formuliert habe, bewirken wir eigentlich? Und ist das Geld nicht eigentlich besser woanders aufgehoben? Die ist gleich in der ersten Gesprächsrunde beantwortet worden. Nämlich mit, ja, natürlich braucht es uns, natürlich bewirkt das was. Aber vor allen Dingen müssen wir darüber reden, unter welchen Bedingungen das stattfindet. Ja, so, was ist gute Beratung? Die Frage war irgendwie nach einer Stunde auf dem Tisch. Wir haben uns also nicht lange damit aufgehalten zu fragen, warum machen wir das eigentlich? Also bewirkt das eigentlich was? Und ist das sinnvoll? Sondern ja, aber mit welchen Spielregeln? Friederike Petersen, du sitzt hier eigentlich unter dem Logo Digital Social Summit, aber so quasi im Nebenberuf bist du ja auch bei der Stiftung Bürgermut, die auch von Anfang an dabei war. Wie hast du diesen Auftakt erlebt und den weiteren Prozess? Was war so euer Antrieb, warum ihr gesagt habt, es braucht eigentlich so eine Sammlung von Gelingensbedingungen für die Zusammenarbeit zwischen Beraterinnen, Coaches und gemeinwohlorientierten Organisationen, wenn die sich digitalisieren wollen? Ja, genau. Das war für uns total spannend als Thema. Wir haben ja bei der Stiftung Bürgermut nicht nur die Geschäftsstelle vom Digital Social Summit, sondern auch das Projekt D3, so geht digital. Und da machen wir ganz viele Community-Formate, wo es auch um Digitalisierung und digitale Transformation geht. Und da ist das Thema Beratung oder Erfahrungen mit BeraterInnen auch immer wieder sehr zentral gewesen, gerade was schlechte Erfahrungen anging, wenn es um Software-Implementationen anging. Gleichzeitig haben wir auch ein ganz tolles Set an Menschen an der Hand, die wir immer wieder auch in unseren Coaching- und Beratungsformaten einsetzen, die zumindest für mich auch ein bisschen als Blaupause für diesen Code gedient haben, wie man es richtig machen kann. Und damit immer noch mehr Menschen aus der Zivilgesellschaft auch gleich wissen, wie sie solche BeraterInnen finden können, beziehungsweise BeraterInnen sich orientieren können, war das natürlich eine perfekte Vorlage, die wir da hatten. Absolut. Vielen Dank. Erstmal vielen Dank auch an euch vier. nochmal so den Aufschlag mit zu formulieren. Wir haben dann in all der Zeit, wir kennen das, in der Zivilgesellschaft wächst das Gras nicht schneller, wenn man dran zieht. Wir haben uns Zeit für gelommen und haben aber so eine Sammlung versucht, eine Sammlung von Grundsätzen, die man bei solchen Beratungsprozessen beachten sollte. Wir haben da mehrere Schleifen gedreht, haben das auch auf dem einen oder anderen Barcamp mal vorgestellt, in der Szene ein bisschen vertikuliert, sagt man so, vertikuliert, ventiliert. Und am Ende ist tatsächlich Anfang des Jahres ein Code of Good Practice, Digitalisierungsberatung, Coaching für gemeinwohlorientierte Organisationen rausgekommen, den wir auch vor wenigen Tagen veröffentlicht haben. Ich stelle mal sicherheitshalber für alle, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, den Link dazu in den Chat. Könnt ihr also jederzeit reingucken. Und ich teile nur kurz den Bildschirm. Wir wollen auch nicht über jeden einzelnen Aspekt hier in aller Tiefe beraten. Ich scrolle einmal durch. Wir haben hier am Anfang eine, sagen wir mal, Herleitung. Wie ist das entstanden? Warum gibt es das überhaupt? Und haben dann einige Grundsätze. Gemeinwohlorientierung, Digitalisierung ist nicht unbedingt ein Zweck für sich, sondern es dient natürlich einer gewissen Werteorientierung. Wir wollen auf Augenhöhe begegnen. Wir arbeiten an den Themen, die die Organisation gut finden und wichtig finden und nicht die wir als Beraterinnen und Berater vielleicht wichtig finden. Hier geht es immer um Partizipation. Das ist ein zivilgesellschaftliches Thema ohnehin, aber hier nochmal stärker. Wir machen eine Mischung da, wo es gebraucht wird, eine Prozessberatung. Aber wir bringen auch durchaus technologische Fachkompetenzen mit. Das ist ja eine große Frage. Was wird mehr gebraucht? Wir sehen das als gemeinsamen Lernprozess. Wir wollen also auch, dass wir diese Augenhöhe auch so leben, dass wir gemeinsam auch iterativ vorgehen und Erfahrungen sammeln. Wir sehen natürlich ein gutes Change Management als Bestandteil von erfolgreichen Beratungsprojekten. Wir glauben, dass Zivilgesellschaft davon abhängig ist, wirklich, dass sie Wissen teilt und dass eben die eigenen Digitalisierungserfahrungen nicht für sich im stillen Kämmerlein bleiben, sondern dass solche Sachen, wie es zum Beispiel die Braunschweigische Stiftung hier macht, aber auch viele andere Organisationen, dass sie über ihre Erfahrungen berichten. D3 ist da auch ein tolles Format für, dass das ganz, ganz wesentlich ist für eine gelingende digitale Transformation in der Zivilgesellschaft. Und das ist eigentlich schon alles. Das sind die Grundsätze. Ihr seht hier nochmal die aktuellen Unterzeichnerinnen, also die, die an diesem Code schon mitgewirkt haben bis hierher. Und das ist, finde ich, eine ganze Reihe von Organisationen, die viel Erfahrung in der Digitalisierungsberatung und Unterstützung haben. Die Mitarbeit war tatsächlich sehr, sehr konstruktiv, sehr pragmatisch. Wir haben uns eigentlich kaum gestritten, eigentlich gar nicht, wenn man ehrlich ist. Es gab natürlich immer mal wieder einzelne Punkte, die dem einen oder der anderen wichtig waren. Zum Beispiel, Ulrike, wenn ich dich mal fragen darf, du hast dich von Anfang an auch dafür ausgesprochen, dass wir nicht nur von Beratung sprechen, sondern auch von Coaching. Warum das eigentlich? Das kommt jetzt doch noch. Das war ja auch so ein bisschen der Ausgangspunkt der Diskussion auf Twitter. Also das ist letztendlich auch eine Auslegungsfrage. Wir haben halt bei uns, ich habe vorhin das Projekt ja erwähnt, digitaler Werkzeugkasten, eben diese Herangehensweise, da von einem Coach zu sprechen, weil wir eben einfach da nicht so ein klassisches, hier ist ein Berater und da ist derjenige, der beraten wird, sondern dass wir einfach einen gemeinsamen Prozess damit starten, der vor allen Dingen sehr, sehr stark kooperativ geprägt ist. Deswegen fand ich auch diesen ganzen Bereich partizipative Gestaltung bei unserem Code auch sehr, sehr wichtig und wo man eben die ganze Zeit auch eben, was ich vorhin versucht habe anzudeuten, mit weiteren Partnern guckt, ununterbrochen, wie können wir das Projekt weiterentwickeln, was können wir, wie können wir auch dazu beitragen, dass möglichst viele davon erfahren, auch eine Öffentlichkeitsarbeit daherzustellen und vor allen Dingen eben auch, und das war ja der letzte Punkt, auch zu gucken, mit so einem Coach, der wirklich wie so eine Spinne im Netz eher ist, wie man eben auch das, was wir da lernen, anderen an andere weitertragen können, bis zu dem, dass wir ja bei unserem Projekt so einen digitalen Werkzeugkasten tatsächlich haben, wo wir einfach froh sind, wenn den jeder auch benutzen kann und wir auch da einfach, dann gucken wir mit diesem Coach so einen Prozess einfach organisieren, dass es Stakeholder gibt, die davon dann wissen und das auch weitertragen. Also sozusagen ein sehr breites Aufgabenspektrum einer gemeinsamen, kooperativen Erarbeitung mit vielen Akteuren. Danke, Ulrike. Liebe Teilnehmende, der Part, in dem wir reden, neigt sich so langsam dem Ende zu. Das heißt, ihr seid gefragt mit euren Fragen und Anmerkungen, aber vor allen Dingen Fragen. Was wir nämlich tatsächlich nicht vorhaben, ist, dass wir das Ding jetzt nochmal komplett neu aufschnüren. Es wird sicher Revisionen geben in einem Jahr oder so, wo wir auch weitere Feedbacks aufnehmen. Aber jetzt ist dieser Code of Good Practice erstmal da. Und Susanne, die Frage liegt natürlich bei der Akademie für Ehrenamtlichkeit nahe. Kann ich mich dann jetzt nächste Woche danach zertifizieren lassen von euch? Oder wie gehe ich jetzt um mit diesem Code als Organisation oder als Beratungsorganisation, als Coach, als Beraterin? Also mit zertifizieren, ich würde sagen, erst in zwei Wochen. Noch nicht nächste Woche. Weiß ich nicht, ob das jemals so kommen wird, ehrlich gesagt, weil die Frage, die wir gerade schon so ein bisschen aufgeworfen haben, was ist Beratung, was ist Coaching, da gibt es verschiedene Verständnisse. Also es braucht ja auch einen klaren Definitionsrahmen sozusagen dafür, bevor etwas in dem Sinne zertifiziert wird. Das sehe ich jetzt erstmal gerade noch nicht. Es ist eine Orientierung. Wir freuen uns, wenn viele Personen, Organisationen, die selbst beratend tätig sind, sich damit anschließen können, das auch unterzeichnen, das auch genauso vielleicht in ihrer Außendarstellung deutlich machen, dass das für sie halt eine Handlungsorientierung Richtung ist, sodass wiederum ratsuchende Organisationen, Initiativen sich daran so ein bisschen orientieren können. Also das ist so ein bisschen unser Wunschdenken. Das heißt, vielen Dank, Susanne. Das heißt, Henning, es wird nicht so sein, dass die Förderinstitutionen, wie ihr sie seid, das jetzt zum Teil ihrer Förderbedingungen machen, dass ich als Berater, Beraterin, Coach nur dann von euren Fördermitteln profitieren kann, wenn ich diesen Code mit unterzeichnet habe, beziehungsweise als Organisation darf ich nur solche Beraterinnen, Beraterinnen und Coaches einsetzen, die dem Code beigetreten sind. Oder welche Rolle spielt oder hat dieser Code für euch in der praktischen Arbeit zukünftig? Ich glaube, Tom, an dem Punkt sind wir tatsächlich noch nicht, dass wir das voraussetzen können. Also ich sehe das, wir hatten es ja auch so ein bisschen gesehen, als ein Auftakt heute, zu sagen, wir wollen dem Ganzen ja auch noch eine Zeit geben, eventuell dem auch nochmal einen kleinen Revisionsprozess unterziehen, im nächsten Jahr mehr Unterzeichnerinnen und Unterzeichner gewinnen. Und ich glaube, dass wenn wir gemeinsam als Organisationen, die alle für eine bestimmte Fachlichkeit aus ihrer Richtung stehen, wenn wir uns hinter so einem Code versammeln und das zunehmend auch mehr Personen werden, dann kann das, glaube ich, so eine Energie entwickeln, dass wir da auch über Voraussetzungen an einer Stelle sprechen können, die wesentlich sind, um Aufträge zu bekommen oder auch um an Förderungen teilzunehmen. Aber das wäre mir heute noch zu viel, das zu sagen. Ich glaube allerdings, dass das etwas ist, wenn wir offen damit umgehen, dass wir diesen Code unterstützen, dass es auch eine eigene Energie entwickelt, dass sich Bewerberinnen und Bewerber, dass sich Organisationen daran richten, weil wir natürlich auch an vielen Stellen darauf verweisen werden. Und auch so entwickelt es ja eine weitere Reichweite. Vielen Dank. An der Stelle wieder die Ermunterung an euch Zuhörende, Zuschauernde, stellt eure Fragen. Und da meldet sich auch gleich die Nina von CoralAid. Bitteschön. Dankeschön, Thomas. Ich wollte mal fragen, habt ihr da so partizipative Prozesse auch geplant für die Organisation, die letztendlich ja auch diese Beratungsdienstleistungen in Anspruch nehmen, da genau mit diesen Standards mal in Beratung zu gehen und auch nochmal so einen Sanity-Check zu machen. Okay, das können wir auch alle so unterschreiben. Also die Beratis quasi oder die Coaches. Ich glaube, also ich könnte dazu antworten, aber ich muss ja nicht immer reden. Ulrike meldet sich auch schon gleich. Ich kann vielleicht, wir können es ja beide ergänzen, Tom. Also wir haben eben wirklich überlegt, wie es im Moment schon so ein bisschen anklang, dass wir sehr, sehr offen sind, uns freuen über Anregungen, Anmerkungen, die da kommen und wir werden, das ist noch nicht richtig geplant, wie wir es tatsächlich machen, aber wir wollen wirklich gucken, dass wir in einem Jahr wieder zusammenkommen mit den Organisationen, die bisher beteiligt waren, aber auch wirklich den Kreis uns auch erweitert vorstellen können, um dann nochmal zu gucken, was sollte man dann da mal nachjustieren und optimal wäre jetzt im laufenden Prozess natürlich, wenn alle Organisationen, die sagen, wir finden das eigentlich sehr gut, was da steht, zumindest erst mal so vom Groben, dass sie ihre Berater und Coaches bitten, einfach, da gibt es so ein Kontaktformular auf der Homepage, sich da zu melden und zu sagen, wir wären bereit als Berater, diesem Code nachzukommen und dann würden wir diese Berater und Coaches veröffentlichen. Das wäre jetzt erst mal der erste Schritt. Das nennen wir so, als das sind die UnterzeichnerInnen.